Hallo, mein Name ist Philipp Rittler und ich bin für die N-Bank in ganz Niedersachsen unterwegs zu innovativen und spannenden Projekten, die dann im N-Bank Förderbericht vorgestellt werden. Heute bin ich hier am Bernsteinsee, ungefähr 20 Kilometer entfernt von Wolfsburg und genauer sagt, sitze ich hier mit Holger Jung im Bernsteinsee-Hotel. Hallo Herr Jung. Ja, auch ein fröhliches Hallo von meiner Seite aus. Mein Name ist Holger Jung. Ich bin der Geschäftsführer des Bernsteinsee-Hotels und ich freue mich, dass Sie heute hier sind und über unser Projekt berichten wollen. Das Bernsteinsee-Hotel befindet sich hier in der Südheide und wir haben neben dem Hotel eine eigene Ferienwelt direkt hier am See. Das heißt, es gibt sehr viele Freizeit- und Sportangebote direkt vor unserer Hoteltüre. Wir haben unseren Badesee mit dem großen Sandstrand, der Wasserski- und Wakeboardanlage. Wir haben einen 3D-Bogenparcours, Europas schönste Adventure-Golfanlage, eine ganz große Kart-Indoor-Halle, Soccercourt, Fahrradverleih und natürlich auch Beachvolleyball, einen Reiterhof und vieles, vieles mehr. Wir befinden uns hier aber auch ungefähr 20 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Das heißt, Ihre Gäste sind wahrscheinlich nicht nur Urlauber, sondern wahrscheinlich auch Geschäftsleute, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich aufgrund der Lage einen großen Anteil an Geschäftskunden, aber auch Urlauber von jung bis alt kommen zunehmend verstärkt in die Südheide, weil die Südheide auch bekannter wird in den letzten Jahren. Und auch das breite Angebot, was wir hier liefern und die Lage in der Natur wissen unsere Gäste, Geschäftsleute wie auch Urlauber sehr zu schätzen. Natürlich haben wir Tagesgäste, aber auch zunehmend Gäste, die ihren Jahresurlaub hier verbringen. Und natürlich für Kurzurlaube sind wir ideal geeignet. Nun muss man sagen, wir sitzen jetzt hier Mitte Februar im Bernsteinsee-Hotel. Ich gucke hier gerade raus auf den See. Es ist sehr verschneit und vereist. Sicherlich eher ein ungewöhnlicher Anblick. Und dazu kommt noch das Jahr 2020 mit Corona und allem, was dazugehört hat. Es ist sicherlich ein außergewöhnliches Jahr auch für Sie gewesen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mitnehmen. Wie verlief das Jahr 2020 für Sie und für das Bernsteinsee-Hotel? Ja, zunächst einmal einen solchen Schnee habe ich jetzt in zehn Jahren, die ich hier bin, auch noch nicht erlebt. Und die ersten Überlegungen, einen Wintersportort hier rauszumachen, sind natürlich auch schon getan. Aber nein, Spaß beiseite. Das Jahr 2020 verlief, wie natürlich für viele, sehr turbulent und mit vielen Aufs und Abs. Gestartet sind wir in das Jahr 2020 mit unserem Hotel Neubau, der pünktlich zur Jahreswende fertig geworden ist. Der ist auch schon sehr gut angenommen worden und unsere Gäste und Umsatzzahlen sind auch sehr stark in den ersten zweieinhalb Monaten gestiegen. Bekanntermaßen Mitte März kam der erste Lockdown und wir haben die Handbremse gezogen und eine Vollbremsung unternommen und mussten zumachen. Das ist eine traurige Zeit gewesen. Die Mitarbeiter waren fast alle in Kurzarbeit und so ist ja natürlich gar nichts passiert. Die ersten Lockerungen, die dann kamen, haben wir natürlich freudestrahlend entgegengesehen und haben uns über eine sehr gute Saison im Sommer gefreut, die trotz der Einschränkungen, halbierte Gastzahl, Hygienemaßnahmen von der Maske bis zu Wegetrennungen, bis zur Desinfektion von Karten und Kugelschreibern, Tischen und Stühlen notwendig waren, hatten wir einen sehr guten Sommer, insbesondere in den Urlaubsmonaten. Bekanntermaßen, es zeichnete sich ja im Oktober schon ab, kam der zweite Lockdown dann zum dritten November, in dem wir uns ja aktuell immer noch befinden. Wir haben also wieder beschlossen und fast alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ok, also auch für Sie ein Auf und Ab im Jahr 2020. Nun ist es ja so, dass das Bernstein See Hotel von der N-Bank Fördergelder erhalten hat. Darüber wollen wir uns heute auch unterhalten. Es geht um ein Smart Energy Konzept. Sie versorgen sich selbst mit Strom und Gas, wenn ich das richtig verstanden habe. Um was geht es eigentlich in diesem Smart Energy Konzept? Was ist das Besondere? Also Sie haben das schon genau erkannt. Strom und Gas sind zwei wichtige Faktoren bei unserer Energieversorgung. Ich könnte jetzt stundenlang Ausführungen über dieses Projekt halten, aber ich gehe davon aus, dass Sie eine Kurzform hören wollen und ich werde mich versuchen hier einigermaßen kurz, aber dennoch verständlich zu halten. Das Thema ist in der Tat sehr, sehr komplex. Smart Energy bedeutet für uns, dass wir möglichst viel Energie selber erzeugen, hier am Bernstein See direkt und möglichst wenig Energie dazukaufen müssen. Wir fangen an mit einer Photovoltaikanlage. Das heißt, der Strom, der dort auf unseren Dächern erzeugt wird, wird zunächst einmal selbst verbraucht. Das ist immer die günstigste Form und das, was an Strom überschüssig bleibt. Das wird nicht in das Netz eingespeist, sondern das wollen wir speichern. Dabei ist es natürlich sehr wichtig, dass die Speicherung auch wirtschaftlich funktioniert und auch nicht zu groß wird. Das heißt, die ersten Untersuchungen haben natürlich ergeben, dass aktuelle Batteriespeicher viel zu groß und viel zu teuer wären. So geht das Ganze dann nicht. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie man diese Energie besser speichern kann. Das geht unter anderem in Form von Gas. Unter hohem Druck speichert Gas deutlich mehr Energie als ein Batteriespeicher und wir nehmen den überschüssigen Strom und spalten in einem Elektrolyseur Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff speichern wir in einem Erdtank und den Wasserstoff veredeln wir mit CO2, also einem unserer großen Problemgase in der Umwelt, zu Methan. Methangas kennt jeder, ist unser Erdgas. Dieses Methangas speichern wir unter hohem Druck in einem nächsten Tank. Wenn wir also in die Situation kommen, dass unser PV-Strom nicht mehr ausreicht, dann greifen wir auf das Methangas zurück. Und dieses Methangas wird, und da kommt eigentlich schon die erste Stufe der Besonderheit unseres Konzeptes, dieses Methangas wird in modifizierten Blockheizkraftwerken verbrannt. Bis hierhin soweit. Wir verbrennen aber nicht mit unserer Atemluft, also mit der ganz normalen Luft, die uns umgibt, sondern wir verbrennen unter Hinzugabe von dem vorher gespeicherten Sauerstoff. Und das führt uns dann in die Lage, dass wir die Abgase, hauptsächlich CO2, komplett wieder auffangen und in ein Kreislaufsystem zurückbringen, weil wir das CO2 ja wieder brauchen, um am Anfang wieder aus Wasserstoff Methan zu machen. Also ein geschlossener Kreislauf ohne Emissionen in die Umwelt. Und mit diesem ja durchaus sehr komplexen Kreislauf sparen Sie dann ungefähr 130 Tonnen CO2 pro Jahr beziehungsweise das ist Ihr Ziel, wo Sie wo Sie hinkommen wollen oder oder wie ordnen wir diese Zahl jetzt ein? Ja, das ist die zunächst erstmal vorsichtig errechnete Zahl. Das ist auch aus dem ersten Projekt. Wir haben aber aufgrund von Erfahrungen mit einem anderen Projekt dieser Technologie Modifizierung und Verbesserung vornehmen können und wir werden aktuell mit unserer Anlage über 200 Tonnen CO2 einsparen. Und jetzt, das klingt unheimlich komplex, wie ich eben schon gesagt habe. Und was ich mich jetzt natürlich auch frage ist, wie ist es dazu gekommen? Also haben Sie persönlich einen wissenschaftlichen Background oder haben Sie Partner hier an Ihrer Seite, die diesen Background haben? Vielleicht, wie kommt es dazu? Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sitzen in einem Hotel. Also es ist ja schon auch irgendwie außergewöhnlich diese Kombination oder sehe ich das falsch? Da gebe ich Ihnen recht. Dazu muss man allerdings wissen, dass ich von der Ausbildung her Architekt bin und bei der Entwicklung dieses Freizeitgebietes dann zu diesem Objekt Hotel Bernsteinsee gekommen bin, mich verliebt habe und dann auch das Hotel übernommen habe. Das Hotel betrieben wird natürlich von professionellen Leuten, die das Geschäft gelernt haben. Also meiner Hoteldirektorin und ihrem ganzen Team, was dahinter steht. Als Architekt bin ich natürlich immer gehalten, auch Energie in Gebäuden einzusparen. Und wir haben natürlich hier am Bernsteinsee die glückliche Situation, dass wir ein sehr kompaktes Gebiet sind mit einem hohen Energieverbrauch und unsere Wege relativ kurz sind. Deswegen haben wir uns entschlossen, hier ein solches Konzept umzusetzen und das dann über ein Nahwärmenetz die Energie zu verteilen. Wir haben also ein eigenes kleines Wärme- und Stromnetz hier aufgebaut. Partner haben wir natürlich, denn diese Technologie, die gibt es nicht von der Stange. Ganz vorneweg muss man hier den Erfinder und Patenthalter, den Herrn Dr. Busse von der Exitron GmbH nennen, der dieses Zusammenspiel dieser ganzen Komponenten zur Marktreife gebracht hat und mit seinem Start-up, also der Exitron, zurzeit in Deutschland sehr aktiv ist und auch über Deutschland hinaus in der Welt sehr aktiv ist, diese Technologie auch zugunsten der Umwelt auch einzusetzen. Gibt es denn in Deutschland oder vielleicht bleiben wir erstmal in Niedersachsen, gibt es in Niedersachsen nochmal so ein vergleichbares Konzept oder stehen Sie damit relativ alleine da? Ja, nicht nur relativ, sondern damit stehen wir in Niedersachsen zurzeit alleine da. Ich hoffe, dass das nicht mehr lange der Fall ist, denn wir halten unser Projekt natürlich für sehr gut und das sind nicht nur wir, sondern auch externe Leute, die sich schon hier vor Ort darüber informiert haben und ich denke, dass wir schon eine außergewöhnliche Vorreiterrolle hier haben. Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Also Sie haben das eben, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen, aber ich stelle mir das so vor, als wenn das wirklich ein Prozess ist, der sich über viele Jahre entwickelt und man auch wirklich eine intrinsische Motivation braucht, um so ein Ziel zu verfolgen und immer weiter zu verfolgen. Sicherlich ist es auch mit vielen Rückschlägen und Komplikationen gekoppelt, oder? Ja, auch hier ein langer Prozess. Also Grundlage der Idee war natürlich oder Auslöser der Entscheidung war unser Hotel Neubau. 2017 kam dann die Überlegung, wie beheizen wir denn das neu geplante Gebäude? Machen wir das auf konventionelle Art? Nutzen wir Erdwärme oder Eisspeicher, PV? Unser See war im Gespräch, ob wir Energie aus unserem See ziehen können. Also viele unterschiedliche Möglichkeiten sind durchgespielt worden. Und ich hatte zu der Zeit in einem Internetforum einen Bericht, einen Kurzbericht über die Technologie der Exitron gelesen und hielt das für uns für eine sehr gute Sache. So, das heißt aber für ein Gebäude, für ein Gebäude alleine in der Größe unseres Hotel Neubaus, das sind 27 Einheiten vom Hotelzimmer bis zu Apartments, ist die Technologie eigentlich zu groß. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, okay, wenn wir was ändern, dann müssen wir es jetzt machen. Und das haben wir auch getan. Wir haben eine zentrale Energieerzeugung erstellt und ein Nahwärmenetz gelegt. Um im Idealfall, und das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte, um im Idealfall auch unser gesamtes Gebiet mit Energie, mit eigener Energie zu versorgen, da wir ja prädestiniert dafür sind. Wir sind nun mal in der Saison im Sommer stärker frequentiert als im Winter. Das heißt, wir verbrauchen im Sommer viel mehr Energie. Denken Sie an unsere Wasserskianlage, denken Sie an unsere Kühlhäuser in den Restaurants, denken Sie an unsere Küchen, die auch auf Strombasis laufen. Also ein ideales Testobjekt für eine solche Technologie. Und daran arbeiten wir und das wollen wir auch weiter ausbauen. Das ist vielleicht auch schon unser Stichwort, weiter ausbauen. Was sind Ihre konkreten Ziele, Ihre Meilensteine für die nächsten Jahre? Schauen Sie jetzt momentan nach dem Jahr 2020 überhaupt schon so weit in die Zukunft? Oder denken Sie sich eins nach dem anderen, wir wollen jetzt erst mal im Jahr 2021 einen hoffentlich erfolgreichen Sommer hinter uns bringen? Wie gehen Sie da ran? Was ist Ihre Denkweise? Sie haben wahrscheinlich beides. Sie haben wahrscheinlich eine kurzfristige Gesicht auf Sommer 2021 und Sie wollen aber auch wahrscheinlich in ein paar Jahren bestimmte Meilensteine erreichen und sagen, wir sind ein kompletter Selbstversorger oder wir wollen das und das an CO2 eingespart haben. Ja, also langfristige Ziele ist natürlich erst mal zu sehen, du kannst Spaß haben, deine Freizeit gestalten, ohne ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber zu haben. Das wäre das Idealziel, was wir erreichen wollen. Da sind natürlich ganz viele kleine Schritte zu tun, aber jetzt erst mal zu gucken, was passiert, ist garantiert der falsche Ansatz. Ich habe hier ein sehr junges und sehr motiviertes Team, die alle hinter diesem Projekt stehen und die mitmachen wollen, die aufgrund des Lockdowns natürlich zurzeit mit angezogener Handbremse arbeiten. Aber ich weiß, dass wir nicht nur in puncto Energie auf die Umwelt achten, sondern auch Nachhaltigkeit beim Thema Verpackung, Regionalität bei der Auswahl von Fleisch und Obst, wenig Transportwege. Wir wollen das also als Gesamtkonzept entwickeln und da kann man jetzt schon weitermachen. Aktuell haben wir Anfang des Jahres die Wasserskianlage mit übernommen und wollen dort ein neues Betriebsgebäude bauen, das sich auch selber mit Energie versorgt, hauptsächlich wieder PV-Anlage und dass auch die Wasserskianlage mit selbst erzeugter Energie läuft. Das ist ja die erste Erweiterungsstufe unseres Kraftwerks, was wir hier eigentlich vorstellen. Tourismus und erneuerbare Energien, da habe ich mich am Anfang erstmal so gefragt, Mensch, wie passt das überhaupt zusammen bzw. passt das überhaupt gut zusammen? Weil wenn ich jetzt an Tourismus denke, dann denke ich auch sehr schnell an Flugzeuge und an Umweltverschmutzung, was da alles dazugehört. Also es ist wahrscheinlich dann auch wirklich ein Umdenken im Kopf der Menschen ein bisschen von Nöten. Andererseits kann man auch sagen, der Naherholungsboom hat vielleicht jetzt in Niedersachsen auch im Corona-Jahr 2020 sehr stark stattgefunden. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrgenommen haben. Spüren Sie etwas von einem sogenannten Naherholungsboom? Ja, auf jeden Fall. Das ist aber nicht erst seit dem Corona-Jahr so. Das haben wir im Sommer 2020 schon gespürt, dass die Leute, sie wollten raus, sie wollten ihre Freizeit gestalten, sie wollten aus der Enge raus, aus den Lockdowns raus und so weiter. Aber wir erleben das ja schon seit einigen Jahren, den Naherholungsboom. Ja, also für mich geht Tourismus und Nachhaltigkeit sehr gut miteinander. Ich glaube sogar, das ist ein Muss, dass die Branche sich stärker des Themas annimmt. Und stellen Sie sich vor, Sie hatten die Flugzeuge eben genannt. Es gibt einen Flugzeugantrieb, der Sie CO2-frei zu Ihrem Urlaubsziel bringt. Dann hätten Sie doch auch ein besseres Gefühl an der ganzen Sache. Auf jeden Fall, ja. Und genau das wollen wir hier auch erzeugen, dass man sagen kann, Mensch, du kannst Spaß haben, ohne dass du der Umwelt schadest. Das ist noch lange nicht erreicht. Da machen wir uns nichts vor. Aber die großen Schritte müssen jetzt getan werden. Und wir sehen es ja auch an Greta, die sehr aktiv dahinter ist. Natürlich kann man alle Aktivitäten in Frage stellen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen was tun. Und dabei ist auch die Gefahr, dass man mal in die falsche Richtung läuft. Dann auch die Gefahr, dass es mal nicht wirtschaftlich ist. Das kann alles dabei sein. Und das würde ich gerne sehen, dass wir das auch im Tourismus etablieren können. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Nicht nur wir als Freizeitgebiet hier in der Südheide, sondern wir haben uns auch einer inhabergeführten Hotelorganisation angeschlossen aus Hamburg, der CPH-Gruppe. Und dort ist seit einem Jahr eine Arbeitsgruppe intern aufgestellt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in Beherbergungs- und Gastronomie-Gewerbe auseinandersetzt. Ja, Sie sind jetzt ja auch schon einige Jahre im Geschäft, im innovativen Klima-Technologie-Geschäft, wenn ich es mal so nennen darf. Was kann man aus Ihrer Erfahrung heraus, was kann man noch besser machen in Niedersachsen oder vielleicht auch in ganz Deutschland? Wo muss die Reise hingehen? Naja, die Reise sollte unserer Auffassung nach natürlich weiter und schneller und größer nach vorne gehen. Das ist natürlich der Anspruch, den wir haben wollen. Denn wir sehen ja, dass unsere Umwelt noch nicht auf dem Stand ist, wo wir sie gerne sehen würden. Für Niedersachsen kann ich aus eigener Erfahrung jetzt sagen, dass wir in der N-Bank einen Partner gefunden haben, der da sowohl in der Beratung als auch im Verständnis und auch später in der Umsetzung sehr kooperativ mitgearbeitet hat. Wir haben die N-Bank überzeugen können. Es wurde geprüft, es ging bis ans Niedersächsische Umweltministerium. Und dann haben wir auch unsere Förderzusage bekommen. Ich denke, dass die N-Bank schon sehr, sehr innovativ ist, solche Möglichkeiten zu unterstützen. Ich glaube, dass es noch zu unbekannt ist, dass man solche Möglichkeiten hat. Denn auf der Homepage der N-Bank stehen natürlich ganz viele Sachen. Und man sollte nicht die Angst haben, dass das zu groß oder nicht machbar ist. Man sollte sich einfach mal bei der N-Bank beraten lassen, ob man für sein Projekt, wenn es einen umwelttechnischen Vorteil bringt, auch eine Förderung gibt. Also von daher bin ich da schon ganz zufrieden. Aber man kann natürlich, man sollte nie sagen, man hat alles erreicht. Das Ganze gilt dann auch weitestgehend für Deutschland. Wir müssen unsere schlauen Köpfe die Sicherheit geben, dass sie mit ihren Ideen auch fruchtbaren Boden finden. Das denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt das alte Beispiel. In Amerika fängt sowas in der Garage an. Bei uns fängt sowas am Spießrutenlauf der Gesetze an. Und das würde ich mir wünschen, dass es einfacher gestaltet wird und vielleicht auch ein bisschen mehr Risikokapital. Und dann kann man auch mal auf die Nase damit fallen. Ja, aber ich glaube, wir bremsen uns eher aus. Ich finde das wirklich ein sehr spannendes, innovatives Projekt. Ich bin auch echt begeistert von dem durchaus sehr komplexen Konzept und schaue jetzt, wie gesagt, hinter Ihnen auf diesen vereisten See und bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich im Sommer nochmal wiederkommen werde und dann vielleicht mit den Wasserskiern hier drüber fahren werde. Herr Jung, ich danke Ihnen erstmal für Ihre Zeit, für das nette Gespräch und wir sehen uns dann im Sommer wieder, würde ich sagen. Das würde mich sehr freuen.